Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Kerbal Space Programme. Ja, in der Musik-Folge vom letzten Mal, die ich hoffe hat euch gefallen, schreibt es mal in die Kommentare, sind wir hier mit der Ventura gelandet. Ihr seht schon ein sehr interessantes Konzept, da habe ich auch ein bisschen länger überlegt. Wir haben oben den Satelliten mitgenommen, der jetzt aktuell herumkreist. Hier der Expanse Ventura, die schwebt der andere rum, wir können ja mal zu dem wechseln. Ich zeige euch mal genau das ganze was da eigentlich abgeht. Im Grunde sollte das sowas wie ein Kommunikationssatellit werden. Wieviel sieht man denn noch? Nicht mehr wirklich viel, aber man sieht es relativ einfach, er hat insgesamt vier Solarpaneele verbaut. Das war eine doofe Idee. Ah ja, und hier sind halt dann auf jeder Seite drei Antennen auch. Drei Antennen verbaut, wo ich gedacht habe, dann hast du halt genug Bandbreite sonst, um Daten zu übertragen. Und der schwebt jetzt hier auch wiederum mit einem Antrieb um Minimus rum, sehr nah sogar. Teilweise hier nur auf zehn Kilometern über dem Boden und dann geht er wieder auf 18 hoch. Also er variiert noch, aber wir können dem auch die Entfernung anpassen, denn er hat ein Triebwerk mit. Und insgesamt, ich weiß es gerade nicht, aber doch ein bisschen MS sollte er haben. Er hat gerade eine Verbindung, ja Verbindung hat er gerade stehen. Wie viel ist denn da drin? Aktivieren wir das mal. 900 MS hat er insgesamt verbaut. Also für die wäre auf jeden Fall ausgestattet, sich um Minimus richtig gut anzupassen. Jetzt gehen wir aber zurück wieder zu unserem Problem eigentlich. Und das steht ja hier. Die Original Lander Ventura. Da gehen wir jetzt mal hin. Und da wartet jemand ganz besonderes auf uns. Und ich glaube, alle haben sie vermisst nach meinem bei der letzten normalen Folge schiefgelaufenen System. Hier sitzt Valentiner. Und sie hat viele, viele, viele schöne Daten dabei. Das würde ich mal aussteigen. Kannst du jetzt gleich hier. Hast du jetzt die Daten dabei? Ne. Probeflächenprobe kannst du aber wieder mitnehmen. Wir müssen ja jetzt dann... Wir müssen ja raus, in welche Richtung wir gleich laufen. Ist das so ein grüner Stein, von dem wir geredet haben? Warte mal. Jetzt schauen wir uns schnell an, weil das könnte so einer dieser grünen Steine sein, die in einer meiner Singleplayer-Missionen immer... Das tun hat man, da fliegen wir mal hin. Ne, weil wir dürfen den Boden nicht verlassen. Ich schwöre mal schnell vor. Das geht hier eigentlich relativ flott alles. So, ups, jetzt fliegt wieder das hoch. Einmal R, was er hier zu tun. Das schaut nicht nach so einem anderen Stein aus. Nicht nur nach dem Standard-Stein, der schaut grüner aus. Und ich hatte in meinem Multiplayer-Game eine Mission, da hieß es, nimm einen grünen Stein vom Boden mit. Das ist auch ein fester Stein. Guck dir das an, das ist ein fester Stein. Bleib da. Valentiner, keine Scheiße bauen. Kann man den irgendwie, den kann man nicht auswählen, ne? Ich kann doch grünen Sandstein aufnehmen. Nice! Wir nehmen Sandstein mit, Jungs. 150! Und ich hätte ihn beide nur übersehen. Okay, jetzt gehen wir nochmal zurück zum Standpunkt. Wir dürfen jetzt halt nicht mehr rein. Ansonsten geht uns sicherlich irgendwas gleich flirten. Daten nehmen. Hier noch irgendwo Daten. Projekte hinten. Nein, noch ein paar. Daten nehmen. Und... Kann ich die Daten nehmen? Nee, kann ich nicht für Schand. Hm. Meine Antenne haben wir ja rein theoretisch. Rein theoretisch kann das Teil hier auch senden, ne? Und jetzt setzen wir uns auf der Karte die Ventura als Ziel. Und dann müssten wir die auf der Karte... Da hinten ist sie eh schon. Da! Man sieht sie sogar. Dann machen wir schnell einen Flug hin. Ab geht's und vorwärts. 1,9 Kilometer. Gar nicht mal so weit weg. Ich hätte natürlich näher landen können. Ich habe gedacht, so wichtig ist es jetzt am Ende auch nicht. Das fliegen wir mal rüber. Und solange wir gut ankommen. Aber das ist halt direkt... Ich... Warum habe ich diesen grünen Stein nicht beim letzten Mal realisiert? Der war ja doch genau vor meiner Nase! Jetzt schau mal, dass wir unten immer schon auf der Geraden bleiben und fliegen mit den 71... äh... Doch 27,5 ms pro Sekunde mal nach vorne weg. Erhöhen wir einfach mal auf 30 Meter. Zack, zack. 30 Meter pro Sekunde. Und jetzt langsam reduziert sich die Geschwindigkeit. Ja gut zu wissen. Jetzt weiß ich auch wie man solche Proben aufnimmt. Jetzt haben wir auch wieder dann trotzdem ordentlich dabei. Nicht schlecht. Und diese Expans Ventura ist auch... Also Expansar heißt ja nicht Expans, sondern Expansar. Ventura ist eine größere Version von Minmus Länder geworden. Die auch ein bisschen anders funktioniert. Aber mit hoher Sicherheit halt arbeitet. Und wir sind viel zu schnell. Wir sind viel zu schnell. Viel zu schnell. Bremsen. Haben sie Vorgang eingeleitet. Und Landung einleiten. Wir müssen wieder nach vorne. Das Problem ist nicht, wir brauchen so viel Energie auf jeden Fall noch im Jetpack. Nein, da haben wir noch genug drin, dass sie hochkommt. Der Eingang ist der Oberwehr. Ich habe keine Treppe verpasst. Mittlerweile habe ich auch relativ gut raus zu wissen, wie ich mit solchen Tanz fliege. So. Ränder, Ränder, ho, ho. Und mal an Bord gehen. Somit sind Valentin Antino hier in diesem Fluggerät drin. Der einzige Nachteil an diesem Teil aktuell noch ist, das habe ich erst nach dem Start bemerkt, nachdem ich die Hälfte der Sachen gefilmt habe oder sowas, dass diese Stage hier keine eigenen Satellitenanlagen, keine eigenen Stromprozessoren hat. Bei uns reicht der Strom noch für One Day. Obwohl ich so viel Energie verboten habe, da reicht es gerade mal für einen Tag. Scheiße. Das könnte natürlich jetzt wieder interessant werden, weil ich glaube nicht, dass wir es in einem Tag zurück schaffen. Ich schicke jetzt noch mal ihn raus. Es ist ein 5-Stern-Pilot, der Thilo. Jetzt einfach nochmal da vorne Bodenproben nehmen. Und außerdem war er ja auch noch nicht hier. Der hat jetzt auch mal das Recht, sich hier ein bisschen umzugucken, ne? Wenn er noch einen grünen Stein findet, wäre das natürlich auch cool. Schaut mal. Doch, das ist auch ein grüner Stein. Als ob. Zwei grüne Steinchen. Da geht ja mein Herz auf, du. Da geht ja mein Herz auf. Okay, die Daten sind alle schon gesammelt, aber den grünen. Grünen Sandstein, den kann ich aber aufnehmen. Grünen Sandstein aufnehmen. Haben wir drauf. Wir brauchen ein bisschen Stein für unsere Sammlung. Auch wieder speichern. Analysegrüne Sandstein mitnehmen. Los geht's wieder zurück. Und dann machen wir uns direkt auf den Heimweg, denn wir haben nicht genügend Energie eindeutig, damit wir unsere Flüge so planen können, wie wir es bräuchten. Wir müssen einen relativ schnellen Flug machen. Das könnte natürlich ein bisschen devastating werden, wenn wir so nennen wollen. Beschissener wäre es eher, wenn die Mission nicht auch schief wird. Wir haben nur eine, den anderen Port haben wir dann einen Sitzplatz frei. Und an Bord gehen. So. Dann würde ich sagen, starten wir den Flug, ne? Norden ist oben, Südien ist unten. Dann SS aktivieren. Dann SS aktivieren. Brenntriebwerk aktivieren. Schüsse einfahren. Ich habe diesmal die Expansion Beine genommen. Weil die relativ cool sind. So. Ich hoffe auch, dass wir direkt da hochkommen. Auch wenn wir genug dabei haben, bleiben wir trotzdem sparsam. Einfach weil es gut ist. Und mit der Kapsel haben wir außerdem auch die Möglichkeit, den Manöverpunkt einzunehmen. Das ist cool. Das kann ich euch mal zeigen. Das ist mir nicht danach auch erst aufgefallen. Manöver hinzufügen. Erweitern vom Orbit. Wenn ich jetzt sage, okay, ich will so ein Orbit hier haben schnell. Zack. Den reduzieren noch schnell ein bisschen. So. Dann setze ich den jetzt hier auf den Manöverpunkt. Und er tut sich automatisch auf unseren Manöverpunkt anpassen. Was natürlich genial ist. Deswegen mag ich den Länder mittlererl auch sehr, sehr gerne. Er hat halt hier oben seine Reaktionsräder anders verbaut. Ich kann nochmal das Innenleben zeigen. Das ist vollgepumpt mit Energie, Flüssigkeit, Nahrung, CO2 Speicher und allem drum und dran. Natürlich viel Energiepakete. Ihr seht das hier schon. Aber wie scheint, reichen diese Energiepakete nur für einen Tag? Was ich irgendwie nicht so ganz verstehe. Hier sieht man ein Ziel ist die Karen Station. Betragung Telemetrie. 2,95 KW pro Sekunde haben wir hier. Bin hier eigentlich Daten auch schon weggeschickt wieder? Würde mich interessieren, Daten. Nope. Aber wir haben viel dabei auf jeden Fall. Das ist sehr gut. Das ist eine gute Sache. Und dann sind wir schon wieder mal auf dem Weg zurück. So Masoon hat es ja auch ehrlich gesagt verdient. Sie waren jetzt lange genug unterwegs. Vor allem Valentiner hat einen ganz wesentlichen Teil dazu beigetragen. Eine der wahrscheinlich spannendsten Missionen überhaupt zu kreieren. Und jetzt schauen wir mal, wo ist hier unsere Line. Und jetzt schauen wir mal so eine... Obst jetzt, das war die falsche Richtung. Und schauen wir wie wir am besten hier... Wir werden jetzt alles ein bisschen anpassen. So, hier runter. Dann schauen wir wie viele Messe wir brauchen. Weil wir brauchen ja gar nicht so viel immer. Das ist der Wahnsinn eigentlich an der Mission. 800... Das ist gar nicht wie viel wir wissen. Das ist jetzt eigentlich... Periapsis. Bei 200. Das passt schon. Dann auf Manöverpunkt ausrichten. Der Schub dauert 16 Sekunden. Hier vorspulen. Ich bringe jetzt einmal rum. Ah, die Energie hält aber länger. Vielleicht kann er es einfach nicht berechnen. Das könnte natürlich auch sein, dass es zu viel ist für eine Berechnung. Wo jetzt ist auch ein Tag runter geschossen. Ladung ist bei 94%. Irgendwie sind es nur noch 5 Stunden. Hä? Okay. Ausrichtung zur Sequenzensteuerung. Kann man es doch mal offen lassen. Das würde mich interessieren. 91% haben wir jetzt an. Die Kanzität füllt sich auf. Unendlich dankbar jetzt. Okay. Also mit jedem Schub können wir sozusagen... Das ist auch wenigstens. Das ist auch wenigstens. verbessern. Das ist ja immer gut zu wissen. So. Und... Müsste passen. Wischen auf die 100.000 runter. So. Passt. Gut. Dann würde ich sagen, hier vorspulen. Die Batterie liegt bei... Es sind drei Tage allein hier hin. Ähm... Wieso sind die Batterien so leer? Das ist jetzt eine gute Frage. Warum sind meine Batterien so extrem leer? Muss ich die jetzt alle deaktivieren? Ich deaktive jetzt mal alle Drehräder. Vielleicht ist das auch eins der Probleme. Ich weiß es nicht. Aber jetzt sind ja einige auch dabei. Ich werde die verbrauchen auch Energie. Eine Stunde 17, eine Stunde 18. Wenn ich die Kapsel hier oben abkapsel, das ist ja der Endplan, dann haben wir gar keine Energie mehr hier drin verbaut. Ähm... Wir können jetzt erstmal ein bisschen positiv brennen und dann negativ. Also einmal volle Wäsche Gas geben. Somit Energie aufladen und auch hoffen, dass die... Das könnte jetzt sehr interessant werden. Ja, das ging jetzt auch flott. Ich habe erstes Problem, dass ich weiß... Ich weiß nicht, weil... Wir sind... Drei Tage. Antiradial nochmal schalten. Ich habe jetzt viel Scheiße gebaut und es läuft immer mehr Scheiße gerade. Mal schauen, wie stark ich die Scheiße noch verbessern kann. Oh, das war vielleicht ein bisschen zu stark jetzt. Aber das Ding hat auch ordentlich Power in dem Arsch. Ja, wenigstens auf 300 hochgehen, dann haben wir wenigstens schon so ein bisschen mehr Geschwindigkeit da. Das würde ich halt nur schaffen, jetzt sind es drei Tage. Ich weiß nicht wie... Ja, ich weiß nicht, wo ich hier die Energie kriegen soll. Warum hat die so wenig Energie, die Rakete? Ich weiß ja nicht, was das alles verbraucht, weil das sind ja Tonnen an Energie. Kann man irgendwo den Energieverbrauch sehen? Electric Charge. Ich verstehe nicht, wo die ganze Energie hinfließt. Wer braucht denn so viel Energy? Das ist dieselbe Anzeige. Aber ansonsten müssen wir einfach hoffen, dass sie auf dem Boden aufschlagen und da weiß ich auch nicht, ob das wirklich so der gute Plan ist. Sterben sie denn, wenn... Energie liegt bei 0% und ist erschöpft. Warte mal, hat das halt überhaupt... Was habe ich da gebaut, bitte? Was habe ich da gebaut? Was mir nicht gerade auffällt, das Teil hat keine Fallschirme verbaut. Es hat nichts an den Sachen, die das Teil eigentlich bräuchte dran. Es hat wieder ein Solarpanel, es hat wieder... Ähm... Ja... Wie hatte ich das vor, zu landen? Ich hatte sicher einen Plan, ich weiß bloß nicht mehr welchen, weil es hat ja... Ey, ich bin dumm! Ich bin dumm! Ich bin sowas von dumm! Aber Leute, ich würde dann sagen, dann machen wir es jetzt einfach so... Ich baue das jetzt nochmal um, mache die Mission nochmal von vorne... Tue alles verbauen... Und melde mich in der nächsten Folge wieder, wenn wir es nochmal machen können. Also... Bis dann! Ciao! Ciao!